Hey, wenn du dich für den Silvester-Workshop 2022 in Rheinland-Pfalz interessierst, dann bist du hier an der absolut richtigen Adresse. Los geht's am 28. Dezember um 18 Uhr. Du musst nicht Single sein, um hier an teilnehmen zu können. Erfahrungsgemäß sind aber 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer Single. Was du idealerweise mitbringst, das ist Mut, Offenheit und eine gewisse Experimentierfreude. Was du hier zu keinem Zeitpunkt zu machen brauchst, das ist sowas wie Seelenstriptease. Im Verlauf der Jahrzehnte habe ich Vorgehensweisen entwickelt, die es mir erlauben, sehr tiefgreifend mit dir arbeiten zu können, wenn du das möchtest. Mit der Gruppe, in der Gruppe, auf eine Art und Weise, dass du einen maximalen Nutzen hast. Dass die Mitteilnehmer einen maximalen Nutzen haben. Und in allgemeiner Form werde ich dann auf die unterschiedlichsten Beziehungsthemen im Verlauf des Workshops zu sprechen kommen, so wie es gerade passt. Häufig gibt es bestimmte Schwerpunkte, die sich dann einfach ergeben. Du bist insbesondere richtig, wenn du dir die Frage stellen solltest, ob das bereits alles gewesen sein soll. Und dieses alles, das kann sich auf dein gesamtes Leben beziehen. Das kann sich auf dein Beziehungsleben beziehen. Du bist aber auch an der richtigen Stelle, wenn du ganz allgemein Klarheit haben möchtest. Denn im Kern gibt es drei Themenschwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Klarheit. Ich werde dir Vorgehensweisen an die Hand geben, die in ihrer Durchschlagskraft, in ihrer Wirksamkeit einzigartig sind. Ich werde dir helfen, wenn du das möchtest, deine tiefsitzendsten, dich frustrierendsten und teuersten Bremsen zu lösen. Und wenn du das möchtest, dann können wir schauen, inwieweit dein Partner-Partnerinnen-Platz energetisch besetzt ist und was es gegebenenfalls braucht, um den Partner-Platz frei zu kriegen. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen spooky an. Vielleicht bist du aber mit dem systemischen Arbeiten vertraut. Vielleicht hast du mal Erfahrungen mit den Familienstellen gemacht. Auch wenn deine diesbezüglichen Erfahrungen vielleicht schlecht waren. Keine Sorge, es gibt insgesamt 37 Ebenen, die ich im Verlauf der Jahre auseinanderdividiert habe. Auf denen zum Beispiel 37 Ebenen, auf denen zum Beispiel Liebeserschwernisprogramme fußen können. Und im Regelfall habe ich ganz schnell die richtige Ebene, wenn du das möchtest, bei dir gefunden. Oder die richtigen Ebenen und dann, ja, geht danach oft die Post ab. Denn in dem Maß, wie solche Liebeserschwernisprogramme, wie solche bremsenden Lebensskripte und was es da noch sonst so alles gibt, gelöst sind, wirst du auf einmal erleben, Menschen scheinen anders auf dich zuzugehen. Du gehst anders auf Menschen zu, Freundschaften, Beziehungen ergeben sich, auf eine Art und Weise, wie du es davor vielleicht nicht für möglich gehalten hast. Aus meinen vielen Jahren als Coach, als Persönlichkeitstrainer, als Workshop-Teilnehmer, insbesondere im Rahmen von Kleingruppen, Intensiv-Trainings, habe ich schon so ziemlich alles erlebt, was es da so gibt. Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass ich alle denkbaren Techniken, Vorgehensweisen im Verlauf der Jahre in vieljährigen Ausbildungen nicht nur kennengelernt habe, sondern mit großer Durchchlagskraft immer wieder einsetze. Ah ja, wir werden beginnen mit einer Technik, die sich da nennt die magische Gesprächsaufbauformel und eventuell findest du was diesbezügliches, wenn du früh genug buchst, im Bereich Bonus. Doch ganz gleich, wie früh du buchst, ich werde die magische Gesprächsaufbauformel, die schon für viele Beziehungen gesorgt hat, so einführen, dass wir damit dann loslegen können. Und dieses Loslegen, dieses Arbeiten, das findet in ganz unterschiedlichen Settings statt. Zum Teil vertief ich Themen für die Gruppe, vor der Gruppe, mit der Gruppe, zum Teil wird in Zweier- und Dreiergruppen gearbeitet, die ständig wechseln, manchmal bereits nach zwei Minuten, manchmal nach einer längeren Zeit. Das meiste findet im Workshop Raum statt, manchmal werden wir aber auch nach draußen gehen, je nach Wetter natürlich, ja mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde. Der Seminarort ist ein kleines, romantisches Weindorf am Ende eines Tals, ja wunderbar von Weinbergen umgeben, es führt tatsächlich im Wesentlichen nur eine Straße in diesen Ort. Ja, so, alles, was ich da anbiete, ist auf jeder Zeit freiwilliger Basis. Ja, ich werde dich garantiert zu nichts zwingen. Ich bin in der Lage, sehr, sehr tiefgreifend zu arbeiten. Ich bin früher viele Jahre Rettungsdienst gefahren. Das heißt, du kannst dir sicher sein, ich habe so ziemlich alles schon erlebt. Und zu meinem Klientel gehören insbesondere auch Psychotherapeuten. Warum? Weil ich im Verlauf meiner jahrzehntelangen Praxis nicht nur einzigartige Erfahrungen gesammelt habe, sondern weil ich Techniken und Vorgehensweisen entwickelt habe, die es bisher nur bei mir gibt. Das, was ich mache, ist Teil, ja, von meinem Lebenswerk. Ich kann mir nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes vorstellen als diese Art der Arbeit mit Menschen. Und im Verlauf dieser über 25 Jahren, die ich eben intensivst mit Menschen in Kleingruppenintensiv-Trainings von Angesicht zu Angesicht arbeite, die hat mich in die Lage versetzt, dass ich manchmal schon vom ersten Blick her Muster in meinem Gegenüber erkenne, wo sich dann im Verlauf der Jahre einfach gezeigt hat, immer wieder, ja, das ist so, sodass ich langwierige Interviews oft reduzieren kann auf wenige Fragen, die dann absolut ins Schwarze zielen. Das darf dir Angst machen, im Sinne von, dass Muster, die gelöst werden wollen, die gelöst werden dürfen, sozusagen in ihrer weiteren Existenz bedroht sind, so wie du das möchtest. Und das Prinzip der jederzeitigen Freiwilligkeit ist ganz, ganz wesentlich. Denn in dem Maß, wie ich wollen würde, dass sich etwas in dir verändert, würdest du aus gutem Grund mauern. Und insofern ist es nicht nur so, dass ich dich ja gegebenenfalls fragen werde, sondern häufig ist es so, dass ich von meinem Gegenüber sofort auch schon im Ansatz spüre, wenn wir uns einer Grenze nähern. Insofern keine Sorge, das wird alles passen. Du wirst mit dir selbst und mit den anderen einzigartige Erlebnisse haben, in vielerlei Hinsicht. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass du Freunde fürs Leben gewinnst. Die Menschen, die sich für diesen Silvester-Workshop Zeit nehmen, sie sind besondere Menschen. Es gibt so viele wunderbare Erinnerungen, die ich speziell an den Silvester-Workshop habe. Und oft ist es auch so, dass der ein oder andere Teilnehmer, der vor Jahren mal bei irgendeiner Veranstaltung von mir war, dann zu so einer Silvester-Veranstaltung kommt, weil er oder sie einfach weiß, dass da eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, die sicherlich durch den Jahreswechsel mitgeprägt ist, durch die kalte, dunkle Jahreszeit draußen. Und eben auch dadurch, dass irgendwo klar ist, man wird dann insbesondere auch miteinander feiern. Es sind nicht nur Freundschaften entstanden, es sind Liebesbeziehungen entstanden. Ich war dann sogar eine Weile später bei der ein oder anderen Hochzeit eingeladen und bei der ein oder anderen Kindstaufe. Und das sind dann natürlich auch für mich ganz besondere Highlights. Du wirst nach dieser Veranstaltung insbesondere mehr Energie verspüren. Wobei die direkten Nachwirkungen dieser Veranstaltung, die sind kraftzehrend. Dadurch, dass wir sehr tiefgreifend arbeiten, ist die typische Erfahrung, dass viele sich ein, zwei, drei Tage, eine Woche lang, je nachdem, relativ blatt fühlen. Die Psyche arbeitet nach, die Silvesternacht, die Neujahrsnacht, je nachdem, wie lang die war und so weiter. Das wirkt natürlich auch. Und dann, nach diesen ersten Tagen danach, wirst du feststellen, du hast eine neue Klarheit, du hast ein neues Energielevel, das dir dann bleibt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, 80, 90 Prozent der Teilnehmer sind im Regelfall, also sind Singles. Das Single-Dasein ist keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Also, erfahrungsgemäß sind es nur überwiegend Singles. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass der Frauenanteil leicht überwiegt. Die Workshop-Zeiten, wir beginnen am 28. Dezember um 18 Uhr. Solltest du an diesem Tag noch nicht dabei sein können, ja, das ist verschmerzbar. Ansonsten beginnen wir immer morgens um 9.30 Uhr und enden offiziell im Durchschnitt gegen 18 Uhr. Es kann aber auch sein, dass wir mal bis 19, 20, 21 Uhr machen. Vielleicht auch deutlich länger. Das ist kein Versprechen. Nur, das kam alles schon vor. Und falls du mich kennen solltest, ich bin niemand, der um 18 Uhr die Tür zuschließt. Und insbesondere nicht, wenn ich gerade mitten im Arbeiten mit jemandem bin oder wenn ich gerade, ja, mitten in einem Thema stecke. So. Insofern, die Workshop-Zeiten sind als circa-Zeiten zu sehen. Am Silvestertag selbst werden wir auch bis gegen 18, 19 Uhr im Workshop-Rahmen miteinander arbeiten. Wir haben eine kleine Küche da mit dabei. Wir werden davor dann eingekauft haben, ja, ein, zwei kleine Einkaufstrupps werden wir sozusagen losschicken, natürlich aufs Freiwilligen. Und dann werden wir das Silvesteressen und auch das Neujahrsbrunsch in den Räumen vorbereiten und da dann auch zu uns nehmen. Es könnte allerdings auch sein, es gibt eine Option in Fußnähe, wo wir also tatsächlich nur wenige, wenige hundert Meter entfernt, wo wir aller Voraussicht nach draußen dann auch ein offenes Feuer machen können, wo aller Voraussicht nach auch ein Zelt stehen wird. Das ist so eine weitere Option. Ja, es gibt noch ein paar weitere Optionen vor Ort, die wir dann gemeinsam einfach besprechen und abstimmen werden. Ja, so. Ja, das Ende wird dann sein am 1. Januar nach dem Neujahrsbrunch gegen 12 Uhr, 13 Uhr, so irgendwas. Es ist einfach, dass du so eine Idee hast, um dich darauf einstellen zu können. Je früher du buchst, desto günstiger ist übrigens der Preis. Im Rahmen des Buchungsstatus wird der Preis allmählich steigen bis zum regulären Preis. Unabhängig davon, in dem Moment, wo du auf der Übersichts- und Buchungsseite landest, ist automatisch der derzeit aktuellste, günstigste Preis eingeblendet und nur der. So, Übernachtung, Verpflegung erfolgt, also wir werden auf der Basis, dass jeder einfach das mitbringt, worauf er Lust hat, ja, Essen und Trinken vor Ort haben. In diesem Sinne, wenn du, was weiß ich, gerne Nudelsalat machst oder so und vielleicht eine Ferienwohnung vor Ort buchst oder das sonst irgendwie gewährleisten kannst, ja, bringe Nudelsalat oder sonst was mit oder Snacks. Das, was halt Menschen gerne essen oder trinken. Ja, so, wir können Kaffee kochen vor Ort, wir können Tee kochen vor Ort. Dass wir eine kleine Küche haben, habe ich dir schon gesagt. So, es könnte sein, dass wir dann auf Umlagenbasis Snacks zur Verfügung stellen sollte, sozusagen der freiwillige Nachschub nicht klappen, was aber erfahrungsgemäß immer der Fall ist. Also, du wirst weder verhungern noch verdursten. Wir werden auch immer wieder Pausen machen nach Bedarf. Es gibt keine festen, keine starren Pausenzeiten, denn das Allerletzte, was ich und vermutlich auch das Allerletzte, was du wollen würdest, wäre, dass wir mitten, meinetwegen in der tiefgreifenden Arbeit mit dir sagen würden, so, jetzt ist Pause oder jetzt ist Schluss. Das gibt es nicht. So, die Pausen folgen den Teilnehmern und nicht umgekehrt. Der Ort ist, wie gesagt, ein kleines Dorf. Es gibt kleinere Ortschaften, kleinere Städte außenrum. Es gibt kein, nach meinem Kenntnisstand, kein größeres Hotel oder so. In dem Ort habe ich bisher schon zweimal Workshops durchgeführt und die Teilnehmer fanden immer recht gut über Airbnb zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, der ein oder andere wird eine größere Ferienwohnung zum Beispiel finden, wo er noch, ja, vielleicht ein oder zwei Zimmer anbieten kann, anbieten möchte. Ich werde dann einfach gucken, soweit mir das dann jeweils bekannt gemacht wird oder wurde, dass ich da dann den Kontakt untereinander nach Absprache erstelle. Ja, natürlich halte ich mich an den Datenschutz. Wenn du mir aber zum Beispiel sagst, ich darf jemandem deine, ich sage jetzt mal, Handynummer geben, weil du zum Beispiel eine Zwei-Zimmer-Ferienwohnung hast und ein Zimmer da gern weitervermieten möchtest oder umgekehrt, du suchst was, ja, lass es mich einfach wissen. Es werden maximal 16 Teilnehmer in etwa vor Ort sein. Es könnte sein, dass noch ein Co-Trainer, Co-Trainerin, vielleicht noch ein Hospitant oder so mit dabei sein wird, aber das ist so der Rahmen, sodass die Gruppe einerseits groß genug, aber nicht zu groß ist, sodass du dir sicher sein kannst, du wirst jeden dieser Mitteilnehmer sehr intensiv kennenlernen. Und die typische Erfahrung ist die, dass nach dem ersten ganzen Seminartag viele Seminarteilnehmer sagen, sie haben die Mitteilnehmenden schon besser kennengelernt, schon intensiver kennengelernt als manche ihrer Freunde nach Jahren. So, es kann sein, dass ich das ein oder andere jetzt vergessen haben sollte. Unabhängig davon ist es entweder so, dass du unter diesem Video einen Link findest, der dich auf die Übersichtsseite und Buchungsseite führt oder du bist bereits auf der Übersichts- und Buchungsseite, dann solltest du auf jeden Fall dort meine E-Mail-Adresse finden. Schreib mich an und mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ich sehr zeitnah reagieren. Vielleicht hast du sowieso andere, weitere Kontaktdaten von mir, dann kontaktiere mich einfach darüber. Eventuell bekommst du dieses Informationsvideo hier auch. Sowieso über eine E-Mail von mir, ja, also stelle einfach den Kontakt her und stelle mir die Fragen, die dich noch interessieren. Die dich interessieren, die relevant sind und auf die ich jetzt gegebenenfalls noch nicht geantwortet haben sollte. Ich gehe hier gerade nochmal meine Notizen durch, um zu schauen, ob ich da noch was vergessen habe. Also, je nachdem, welche Erfahrungen du gegebenenfalls mitbringst, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass das, was du bei mir erleben wirst, manches auf den Kopf stellt. Die Tiefenwirksamkeit der Vorgehensweisen und Techniken, die ich im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte entwickelt habe, erschrickt manche am Anfang, aber keine Sorge, das, was ich mache, wird immer auf den jeweiligen Teilnehmer maßgeschneidert sein. Das kann bedeuten, dass ich mit einem sehr tiefgreifend arbeite, der energetisch dazu in der Lage ist, manchmal auf eine Art und Weise, dass der ein oder andere, ja, in Anführungszeichen Zuschauer, das Gefühl hat, es ist zu viel des Guten. Es ist zu jedem Zeitpunkt freigestellt, auch eine Viertelstunde oder wie lange auch immer spazieren zu gehen. Manchmal ist es auch so, dass man einfach merkt, dass durch die Tiefe der Arbeit auf der Ebene der eigenen Persönlichkeitsstruktur man einfach eine kurze Auszeit braucht. Und das kann dann einfach in dem Rahmen geschehen, der für dich passt. Manche gehen dann einfach zum Beispiel eine halbe Stunde spazieren, andere legen sich vielleicht eine Stunde irgendwo hin. Wieder andere wünschen die weitere Anwesenheit im Workshop-Raum, ohne dass sie sich aber für eine Weile aktiv beteiligen. Ich ziehe hier kein starres Konzept durch, ganz im Gegenteil, es gibt hier insbesondere keine Tagesordnungspunkte, es gibt keinen festen Ablauf. Alles basiert auf dem Prinzip der jederzeitigen Freiwilligkeit. Und die Erfahrung zeigt, Person 1 stellt mir eine Frage, ich gehe darauf ein, ich nehme wahr, dass Person 2 zuckt, ich frage nach. Und es zeigt sich, genau dieses Thema ist vielleicht ein Dauerbrenner im Leben von dieser Person. Ich frage diese Person dann zum Beispiel, ob ich mit ihm oder mit ihr den einen oder anderen Lösungsschritt antesten darf. Ja, wenn ja, tue ich das. Das führt dann dazu, dass Person 3 Fragen stellt, die ich dann beantworte. Und wie so eine Art magisch anmutender Domino-Effekt ist es so, dass gewissermaßen das Zepter weitergereicht wird. Und dass dieser Workshop sich einzigartig lebensverändernd entwickelt. Ja, auch für mich ist der Silvester-Workshop in jedem Jahr ein Highlight. Und das seit deutlich über 20 Jahren. Ja, ich freue mich drauf, wenn du merkst, das macht was mit dir. Dieses Video, ja, die Vorstellung. Dann lass es wirken. Lass dieses Video möglicherweise mehrfach auf dich wirken. Aber warte nicht zu lange, denn nach 16 Teilnehmern ist Buchungsschluss. Und das Typische ist, ja, am Ende kommen noch so viele Buchungsanfragen. Ja, für viele ist es so, Silvester ist noch ewig dahin. Und sie sind auf der Informationsseite und nochmal auf der Informationsseite. Ja, und plötzlich ist ausgebucht. Dadurch, dass ich das eben schon seit 25 Jahren mache, habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ja, es gab Journale, die drüber berichtet haben. Ich bin immer mal wieder im Fernsehen. Ich bin immer mal wieder im Radio. Eines meiner vielen hundert Podcast-Audios hebt plötzlich ab. Ja, eines meiner weit über tausend Videos hebt plötzlich ab. Und dann kann es sein, dass über Nacht alle verfügbaren Plätze ausgebucht sind. So, insofern, ganz gleich wie der Buchungsstatus im Moment ist so, dennoch mindestens ein Platz frei sein sollte, warte nicht zu lange. Unabhängig davon, günstiger wird es nicht. Eventuelle Last-Minute-Plätze, die manchmal noch vorkommen, die sind nicht günstiger, sondern die steigen in ihrem Preis. Ja, je früher du buchst, desto günstiger wird es sein. Unabhängig davon, das was du hier erlebst, kann dein Leben auf absolut einzigartige, für dich maßgeschneiderte Weise verändern. Bei mir erlernst du nicht einfach irgendwelche Techniken, sondern das, was ich mache, ist potenziell lebensverändernd auf den unterschiedlichsten Ebenen deines Seins. In diesem Sinn, wenn du merkst, das macht was mit dir, ja, lass es wirken, warte nicht zu lange, sichere dir deine Teilnahmemöglichkeit. Und dann freue ich mich drauf, dich am 28. Dezember um 18 Uhr, wobei du kannst auch schon davor da sein, ich werde auf jeden Fall schon ab 16 Uhr oder so dort sein, dich dann dort persönlich begrüßen zu dürfen. Ach ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrgemeinschaften zustande kommen werden, ist relativ hoch, alleine dadurch, dass der Ort am Ende eines Tals liegt und gewissermaßen alle Straßen beinahe in eine münden. Also es gibt auch ein paar Schleichwege, aber es gibt nur eine einzige echte Straße, die in den Ort führt. Insofern, die Wahrscheinlichkeit für Fahrgemeinschaften ist extrem hoch. Ich wohne übrigens bei Kaiserslautern, wird aller Voraussetzung, aller, nicht Voraussetzung, aller Voraussicht nach Pendeln, außer natürlich in der Silvesternacht. Insofern solltest du irgendwo auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Kirschroth, ja, 55566 Kirschroth, dem Seminarart, deine Übernachtungsmöglichkeit haben. Dann können wir uns gegebenenfalls auch da zwecks Fahrgemeinschaft zusammenschließen. Wie gesagt, sollten Fragen offen sein, je nachdem, wo du bist, findest du entweder unter diesem Video einen Link oder du bist auf der Übersichtsseite. Dort solltest du meine E-Mail-Adresse finden. Schreib mir, schreib mir, schreib mir. Warte nicht zu lange, ich werde dir zeitnah antworten und so noch ein Platz frei sein sollte. Wie gesagt, freue ich mich total darauf, dich am 28. Dezember 2022 in Kirschroth spätestens um 18 Uhr begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bis dahin, sichere dir deinen Platz und freue dich schon jetzt darauf, dass die guten Vorsätze für das neue Jahr, vielleicht sogar die guten Vorsätze für den Rest deines Lebens, möglicherweise haushoch übertroffen werden können. Weil das, was du da erleben wirst, das ist sehr tiefgreifend und oft sehr lebensumwälzend. In diesem Sinne, wenn du magst, bis dahin, ich bin Matthias Schwemm. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018